Die Schwachen finden und ihn oder sie gnadenlos fertig machen. Und das auch noch mit Spaß und in der Gruppe. Das ist Mobbing, das kann jeden treffen und ist vor allem an Schulen weit verbreitet. Mehr Schulpsychologen und Schulsozialpädagogen sollen diesen schlimmen Trend irgendwann mal umkehren. 500 sollen in den kommenden Jahren in Bayern eingestellt werden, aber auch jetzt gibt es schon Wege, sich aus dieser Abwärtsspirale von Angst und Isolation zu befreien. Simon, der ist heute 14, der hat es geschafft. Also es hat in der ersten Klasse angefangen, da hat man schon so Vorzeichen gemerkt. Ich wurde ausgegrenzt, ich durfte öfters mal nicht mitspielen bei den coolen Kindern. Und das waren halt noch solche Kinderbeleidungen und die haben einen damals so richtig verletzt. Also wenn ich jetzt drüber nachdenke, hätten die mich kein bisschen verletzt. Aber da war unsere Lehrerin wirklich strikt und hat auch bestraft und hat gesagt, es geht nicht. Und hat da wirklich drauf geschaut, dass wir uns wertschätzen und Moral zeigen. Doch dann kam eine neue Lehrerin und die Schüler gingen auf Simon los. Sie haben angefangen mich zu schlagen und ja. Und als der Tiefpunkt erreicht wurde, haben sie mich, ich glaube das war Ende der dritten Klasse, haben sie mich an einen Baum gefesselt und haben so ein Indianertanzritual gemacht und sind hin und her gesprungen und haben mir da mal eine reingeschlagen, da mal eine reingeschlagen. Und fanden das super lustig. Manche Lehrer haben da zugeschaut und sie dachten, das wäre ein Spaß. Und wenn ich Lehrer darauf angesprochen habe, dass es mir nicht gut ging, gesagt habe, die spielen doch nur, ignoriere es einfach. Schulpsychologen beobachten beim Mobbing eine beunruhigende Tendenz. Dieser Hemmmechanismus, den wir ja alle haben, wir haben alle einen Tötungs- und Beleidigungs- und Beschämen- oder Erniedrigungs-Hemmechanismus, der scheint anders zu sein als früher. Also uns kommt es enthemmt davor. Ich habe selbst dann das Gefühl gehabt, ich bin nicht mehr wirklich was wert, weil ich die ganze Zeit behauen wurde und beleidigt wurde. Dann hat mir einfach kein Mensch mehr geholfen. In der Schule habe ich mich nicht wohlgefühlt. Zu Hause hat mir niemand wirklich zugehört. Und das wurde immer schlimmer, bis ich dann irgendwann überhaupt keine Lust mehr hatte, in die Schule zu gehen. Ich hatte Angst vor der Schule. Und dann ist meine Mutter draufgekommen, dass irgendetwas wohl nicht stimmen kann. Simon hat lange Hilfe gesucht. Doch nicht alle Betroffene sprechen über ihre Not. In der Regel ist es ein Phänomen, dass Mobbing-Betroffene oder von Mobbing-Betroffene hier sich eher wenig äußern oder gar nicht äußern. Sondern man muss das dann von außen erschließen. Ein Coach und eine Musiktherapie haben Simon schließlich geholfen. Heute geht es ihm gut. Seine Botschaft lautet... Also ich würde sagen, auf jeden Fall Menschen anvertrauen, weil es ist super wichtig, dass man das mit Menschen bespricht und nicht in sich reinfressen. Viele sagen, ja, ignoriere es einfach. Das ist das Schlimmste, was man machen kann. Das gibt einem so einen Stress und macht einen traurig auch. Simon geht inzwischen gelassener mit Kränkungen um. Sein Beispiel zeigt, man muss nicht Opfer bleiben. Und hier ist Simons Coach Oliver Mewald. Guten Abend. Hallo, guten Abend. Wie lange hat das insgesamt gedauert mit der Schule und mit ihm, die Arbeit? Insgesamt drei Monate. Gute drei Monate. Das bedeutet, es ist eine schwierige Situation und man muss sehr vorsichtig vorgehen, sowohl bei Tätern wie auch beim Opfer. Also wichtig ist, den Schüler ernst zu nehmen. Das ist ganz wichtig. Und als Schule vor allem eine Haltung zu entwickeln. Haltung gegenüber diesem Thema und sagen, ja, das Thema gibt es. Und entsprechend auch vorbereiten. Die Haltung der Schule sind die Direktoren jeweils und die Lehrer, die da genau schauen. Die Klassenleiter zum Beispiel, aber vor allem Pädagogen und Psychologen, die da in der Schule arbeiten. Genau. Die müssten ja eigentlich ein Auge dafür haben und sehen, wenn eine Schülerin ein Schüler gemobbt wird. Ja, das Thema ist immer die Zeit. Wie viel Zeit kann ich mir als Pädagoge oder Psychologe eben nehmen, um mich so einem Fall anzunehmen, in Ruhe zu besprechen, in Ruhe auch rauszufinden, was ist da passiert, einfach um dieses Thema zu klären. Im ersten Schritt. Und dann natürlich liegt ein Konzept vor in der Schule. Wie geht die Schule mit diesem Thema um? Vermeidet sie das Thema eher oder geht sie wirklich aktiv damit um, offensiv und sagt, okay, das Thema passt bei uns nicht in die Schule? Das ist die Seite Schule. Wie sieht es bei den Eltern aus? Woran merken Eltern, dass das Kind gemobbt wird? Weil Kinder öffnen sich ja bei solchen Sachen nicht so gerne. Es ist manchmal sehr schwierig zu merken. Körperliche Symptome, Kopfweh, Bauchweh, kommt sehr häufig vor. Leistungsabfall in der Schule mit der Zeit, Verschwiegenheit des Kindes, Rückzug ist ganz oft ein Thema. Vielleicht sieht es auch plötzlich seine Freundin nicht mehr, mit dem das Kind vor Wochen noch gespielt hat. Das sind so ein paar Anzeichen. Aber wenn man dann nachfragt und es kommt, nee, Mama und Papa, alles in Ordnung, was dann? Ja, das ist so ein Schutzmechanismus. Da sollte man sehr subtil darauf achten und dann gegebenenfalls mal mit der Schule sprechen. Mit der Klassenleitung vor allem. Wie sieht es mit der anderen Seite aus? Es gibt ja auch Eltern der Täter. Woran merkt man, dass mein Kind zu den Mobbern gehört? Auch das ist sehr schwierig herauszufinden. Das Thema sollte eigentlich in der Schule angesiedelt sein. Die Schule sollte die Anlaufstelle sein und die Schule sollte auch diejenige sein, die aktiv wird. Nicht die Eltern, auf beiden Seiten nicht und nicht die Kinder. Okay, also Lehrer haben es gehört, Seidirektoren haben es gehört. Nichtsdestotrotz, was ist dann der erste Schritt? Wenn man es mal selber gemerkt hat oder die Eltern haben es gemerkt oder die Schule hat es gemerkt, dann ist ja noch nicht gelöst, die Sache. Ja, da gibt es eigentlich das Gespräch, die Schule, die Zuständigen dafür, meistens die Schulpsychologen oder eben Beratungslehrer, die sollten den Fall klären, was ist genau passiert, wer ist beteiligt, um dann das Opfer so schnell wie möglich sozusagen rauszuholen aus der Situation, ist das Wichtigste, um dann Aufklärungsarbeit zu leisten, auch mit den Tätern natürlich Gespräche führen, gegebenenfalls je nach Intensität des Falles auch mit den Eltern und einem weiteren Kollegium. Wie schuldig sind eigentlich die, die nur drumherum stehen und nichts tun in der Klasse? Ja, die sollte man dazuholen, die sollte man mit befragen, was sie beobachtet haben und natürlich dann im erweiterten Sinne dann auch für die ganze Klasse, für die Klassengemeinschaft auch was tun, damit die gestärkt wird. Vor allem, dass die merken, nicht die coole Gruppe, die mobbt, ist cool, sondern es geht anders. Oliver Mirmald, vielen Dank für die Einblicke in dieses sehr, sehr ernste Thema.